Heute spreche ich darüber, für wen eine Bewegungs- und Schmerztherapie in Frage kommt, was man sich konkret unter einer Bewegungs- und Schmerztherapie vorstellen kann und was deren Inhalte sind. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist David Bachmeier und als einer von 155 TÜV-zertifizierten Personal Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz helfe ich Menschen dabei, dieses ganze Thema Schmerzen in den Griff zu bekommen, jede Wunschfigur zu erreichen, heißt gezielt abzunehmen oder und Muskulatur aufzubauen, als auch an ihren mentalen und emotionalen Herausforderungen zu arbeiten und einen Zustand von wahrer Zufriedenheit zu erreichen. Ganz zu Beginn hier der bewusste Claim und der Ausschluss, wenn du selbst auch an Schmerzen leidest bzw. die in dir trägst, dann klär das im ersten Schritt immer rein ärztlich ab, um zu sehen, wo du dort stehst, bevor du an eine weitere externe Instanz dich wendest. Das Thema Schmerzen betrifft leider viel zu viele Menschen. Laut Zahlen der Deutschen Schmerzliga leiden zwischen 12 und 15 Millionen Deutsche an immer wiederkehrenden und teilweise sehr einschränkenden Schmerzen. Wiederum 4 bis 5 Millionen von diesen Personen sind sogar im Alltag sehr stark davon beeinträchtigt. Heißt, das ist hier wirklich ein Summarsurium an Personen, die hier eine Schnittmenge auch zu Schmerzen im Alltag haben, weswegen es natürlich auch sehr wichtig ist, mal grundlegend darüber zu sprechen, was schmerzbedingt und was man selbst auch in dieser Situation und Herausforderung tun kann. Wenn man nun hört, das ist ein Trend, da gibt es wirklich eine Vielzahl an Personen, stellt sich natürlich erst mal die Frage, für wen ist das überhaupt relevant und wen betrifft das Ganze? Im Rahmen von Bewegungs- und Schmerztherapie wiederum stellt sich dann die Frage, was kann ich auch ganz gezielt mit Bewegung an dieser subjektiven Schmerzvernehmung tun und was habe ich auch selbst in der Hand, um meine eigenen Schmerzen sinnvoll reduzieren zu können. Das Erschreckende, wenn man sich die Aufteilung von Schmerzen in unterschiedlichen Populationsgruppen ansieht, ist der Hintergrund, dass selbst Kinder im Grundschulalter bereits an Schmerzen leiden. Also wenn ich da an meine eigene Generation zurückdenke, die erste Schnittmenge zu Schmerz kam bei mir schon relativ früh auf mit zwölf, ein zweites Mal mit 15, dann beim ersten und zweiten Bandscheibenvorfall. Aber zuvor hatte ich in meinem generellen Leben als Kind und Jugendlicher wirklich andere Themen als Schmerz. Und das tritt heute, wie gesagt, leider auch schon im Grundschulalter auf und da kommt natürlich auch die Frage in den Raum, woran liegt es denn, dass Schmerz mit immer jüngeren Personen Kontakt findet? Weil bei Schmerzen denkt man häufig eher an vorgeschrittene Altersgruppen, an Senioren, mitunter auch, die hier mit dieser Thematik Wartag auch zu kämpfen haben. Aber es ist leider auch schon ein Thema, was die Jüngsten in unserer Gesellschaft betrifft. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist der Grund dafür? Wenn man im Hintergrund dann auch noch sieht, dass an die fünf Prozent aller Personen in Deutschland sogar einen starken und beeinträchtigenden Schmerzen zu kämpfen haben, dann ist es natürlich auch das Thema zu sagen, ja, wem betrifft es? Fast jeden. Also wenn man sich selbst mal in seinem Umfeld die Frage stellt, wer kam mir denn auch mal mit einer gewissen Schmerzthematik in der Konversation oder Unterhaltung oder wann hatte ich selbst auch das letzte Mal Schmerzt, dann muss man wahrscheinlich leider sagen, das betrifft fast jeden in der einen oder anderen Form. Und da ist es mir ein sehr großes Anliegen, auch aus meiner eigenen Historie heraus, mit, wie gesagt, zwei Batscheibenvorfällen, relativ jung. Und dann auch der Diagnose Ende 2017 mit Räumer und der Sportinvalide, auch ein Verständnis dafür zu geben, wo Schmerz letztlich her wird, weil es liegt zu einem sehr hohen Anteil zumindest an deinem eigenen Lebensstil und auch an dir selbst diese Thematik insofern zu überwinden, als dass du, wie ich, heute beispielsweise sagen kannst, ich habe das Thema überwunden und ich bin im Gegenteil sogar noch deutlich leistungsfähiger, als ich das vor fünf Jahren ungefähr war. Weil genau aus dieser Konstellation heraus will ich dir vielleicht auch gegen deine eigenen subjektiven Wahrnehmung das Gefühl geben, es herrscht Hoffnung. Also du musst kein Gefühl der Hilflosigkeit in dir tragen, wenn du das vielleicht auch im Zeitverlauf der letzten Wochen, Monate, Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte aufgebaut hast, weil du über Externinstanzen nie dieses Gefühl hattest, da wird mir auch wirklich vermittelt, wo Schmerz herkommt, welche Gegebenheiten vorhanden sein müssen, um Schmerz eliminieren zu können, idealerweise, aber zumindest insofern reduzieren zu können, auf natürliche Art und Weise, ohne eine entsprechende Schmerzmedikation im Hintergrund, dass ich damit zumindest im Alltag lebensfähig bin. Wie eben auch schon angesprochen, komme ich selbst aus dieser Historie, wobei ich selbst auch schon sehr früh mit Bewegung begonnen habe. Also ich habe mich mit sieben Jahren damals im Witzballverein angemeldet, war fortan eigentlich fast täglich in Bewegung, habe aber trotz dieser Bewegung auch schon relativ früh hier doch auch in der Struktur einen Schaden erfahren und damit resultierend auch Schmerzen relativ früh schon im Kontakt gesehen. Aber genau das ist leider so der Umstand, den ich heute bei ein oder zwei Generationen auch vor mir beobachten muss. Bewegung nimmt immer mehr ab. Also ich meine, die letzten zwei bis drei Jahre waren sicherlich auch dafür mit Ausschlaggebend, dass über die fehlende Möglichkeit, wirklich regelmäßig die Schule aufzusuchen, klassischen Umgang in Vereinen oder auch mit Freunden zu haben, so mehr dieser Rückzug in die eigenen vier Wände der Fall war und damit natürlich auch die Möglichkeit, weniger gegeben war, wirklich regelmäßig in Bewegung zu kommen. Und das sieht man sicherlich auch im Verlauf eine Schnittmenge. Wenn die Bewegung nach unten geht, gleichzeitig auch diese Tendenz für Schmerzen hin sich nach oben verschiebt. Und das kann man, wie gesagt, auch hier sicherlich als die eine große Schnittmenge der letzten zwei bis drei Jahre in den jüngeren Generationen in unserer Gesellschaft auch sehen, dass es hier sicherlich einen Unterschied darstellt. Das spreche ich selbst auch jetzt von mir, wenn ich mir ein bis zwei Generationen vor mir ansehe, dass hier deutlich weniger Bewegung herrscht und damit natürlich auch im Hintergrund zumindest potenziell die Möglichkeit besteht, dass auch in jüngeren Jahren dann schon der Bewegungsapparat davon nicht unbedingt profitiert und vielleicht sogar auch Schaden nimmt. Es gibt auch in der Gesellschaft einen enormen Bedarf, in solchen Situationen wirklich auch eine Hilfestellung zu bekommen. Man muss ja heute nochmal, wenn man irgendwo eine Thematik auch besitzt, bei einer Physiotherapie mal nachfragen, wie es denn mit Terminen aussieht. Da hat man teilweise auch bis zwölf Wochen Vorlaufzeit. Also diese Instanzen, die hier wirklich am Mann versuchen, Symptome zu lindern, zu bekämpfen, sind maßlos voll. Und im Hintergrund ist da natürlich auch die Frage, okay, was habe ich denn als Alternative? Weil acht bis zwölf Wochen ist vielleicht auch nicht unbedingt die Wartezeit, die ich akzeptieren kann, wenn ich aktuell so ein akut starkes Thema habe, in der Einschränkung, dass ich sage, das schenkt mir vielleicht sogar meine Arbeitsfähigkeit und meine Alltag massiv ein. Zwangsläufig brauche ich aber hier eine externe Führung, um die Signale, die ich durch meinen Körper bekomme, diese Schmerzenpulse auch sinnvoll einordnen zu können. Weil wenn ich in der Situation bin und mit einer emotionalen Überschwinglichkeit dann versuche, meine Thematik sinnvoll einzuordnen, wird es allein daran schon scheitern, dass ich nicht mehr in der Lage bin, Zusammenhänge rational zu sehen und damit dann auch zu verstehen, was eventuell nicht nur rein lokal, sondern auch global betrachtet, die einzelnen Stellschrauben sind, an denen ich drehen könnte, aber in jedem Fall auch sollte. Wir sind ja wieder so weit. Es gilt, seinen eigenen Körper verstehen zu lernen, weil nur so habe ich dann auch die Möglichkeit, überhaupt diese Stellschrauben zu identifizieren und herauszubekommen, welche sind das denn konkret. Auch für die Jüngeren in unserer Generation, auch mit gutem Beispiel vorangehen, heißt, seine eigenen Kinder auch mal wieder gerne in die Bewegung zu animieren oder mit gutem Beispiel vorangehen und sich auch seiner eigenen Verantwortlichkeit bewusst zu werden, dass man nicht nur sein Enges, sondern vielleicht auch sein breiter aufgestelltes Umfeld als Beispiel dient in der einen als auch in der anderen Form, heißt hin zu einer positiven als auch zu einer negativen Vorbildfunktion, insofern, als dass ich dort mir gerne auch wieder über diesen Bewegungsimpuls mein Umfeld mitreißen darf und sagen darf, hey, komm mal wieder in Bewegung, verstehe auch wieder zu fühlen, wo wir eigentlich herkommen. Unser Organismus ist heute auch immer noch ausgelegt von da, wo wir herkommen. 15 bis 25 Kilometer gehen täglich, heißt immer wieder fortlaufende Bewegung und was wir leider heute in unserer westlich zivilisierten Kultur etabliert haben von 6, 8, 10, 12 oder noch mehr Stunden sitzen täglich, ist weit, weit weg davon. Also komm wieder in Bewegung, find auch selbst wieder diese positive Bereicherung dadurch, wie gut es dir gehen kann, wenn du auch wieder regelmäßig in Bewegung bist. Und wenn du dir eine externe Instanz suchst, dann versuch auch immer zu sehen, hat die Person schon mal selbst Schmerz erfahren, hat sie diesen Schmerz auch erfolgreich überwinden können und konnte sie auch einer dritten Person, heißt nicht nur sich selbst, sondern auch dem Gegenüber, sinnvoll dabei weiterhelfen, eigene Schmerzen verstehen zu lernen, sinnvolle Maßnahmen zu intervenieren und dann auch diesen Zustand erfolgreich zu überwinden. Weil das sollte die Grundlage sein, dass ich auch in einer vertrauten Umgebung, in einem vertrauten Raum, die Möglichkeit auch überhaupt erstmal finde, auf Akzeptanz und Verständnis zu stoßen. Weil wenn diese grundlegenden Dinge halt nicht gegeben sind, dann ist dort vermeintlich auch erst mal eine Hürde gegeben, zu sagen, okay, da treffe ich auch wirklich auf, ja, ein grundlegendes Maß an Verständnis für meine eigene Situation und werde nicht abgestempelt, zu sagen, du bist ja nur, nennst du mal ein, zwei Reispiele, bewegungsfaul oder du bist ja nun Simulant, du willst ja nur Aufmerksamkeit, sondern nein, da ist jemand, der mich auch mit meiner Situation so annimmt, wie ich aktuell auch gerade aufgestellt bin. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bewegungs- und Schmerztherapie leider nicht nur für Personen mit vorgeschrittenem Alter, sondern auch für mit die Jüngsten in unserer Gesellschaft inzwischen ein großes Thema ist und sein wird. Ja, ich weiß es, in der Physiotherapie bei uns vor Ort, da gibt es mit acht und neun Jahren bereits die ersten Jugendlichen und Kinder, muss man ja schon fast sagen, die dort mit Bewegungseinschränkungen zu kämpfen haben und wie ich da auch schon angeführt habe, sind sicherlich die letzten zwei, drei Jahre sicherlich eine ursächliche Thematik, was mehr in Bezug in die eigenen vier Wände weniger Bewegung im Alter getabliert hat und genau da sollte man dann auch ganz gezielt hier mit entsprechender Intervention auch ansetzen. Die Methodik in der Bewegungs- und Schmerztherapie ist hierbei auch immer eins zu eins, heißt der Gegenüber arbeitet immer eins zu eins mit seinem Gegenüber, um auch direkt zu verstehen, wie die Intervention greifen, wie der Gegenüber damit auch zurechtkommt. Man sollte hier, wie gesagt, auch immer sich eine Instanz suchen, die sich mit der eigenen Herausforderung, mit der eigenen Schmerzsituation auch identifizieren kann und nachvollziehen kann, was das heißt, wenn ich mich auch selbst in Schmerz befinde. Wenn du dich in diesen Sätzen und Ausformulierungen nun wiedererkennst und sagst, ich will das Thema nun endlich angehen und ich will auch verstehen, wie mein Körper funktioniert und meine eigenen Zustände auch sinnvoll überwinden zu können, dann hast du die Möglichkeit, dir auch zu mir direkt ein kostenloses Erstgespräch zu buchen, indem wir in einem unverwirklichen Telefonat gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wie wir dir auch weiterhelfen können und was letztlich auch die Möglichkeiten wären, um deine Situation zu verbessern. Abonniere hier auch gerne meinen Kanal, um auch über fortlaufende neue Inhalte von mir auf dem Laufenden zu bleiben und folge mir auch gerne auf Instagram. Dort bin ich sehr aktiv und du hast auch hier die Möglichkeit, mir direkt Fragen zu stellen zu einem dieser Inhalte in dem Bereich der Physis, um dann auch für dich die letzten Fragezeichen klären zu können. Und damit wünsche ich dir hier mit diesen Perspektiven viel Erfolg und wünsche dir an der Stelle wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.